Ja, ne, es ist ne geile Strecke, definitiv. Und was sagst du zu meinem neuen Auto? Ja, geil. Ein bisschen getunt. Bisschen getunt. Bin schnittiger gemacht. Ja, ja. Fulltuning nennt man das, ne? Natürlich. Ein Stück Scheinwerfer vorne, vor allem der linke. Ja, so zum Boden bestrahlen. Ich muss halt eher den Boden sehen als nach vorne. Also, es reicht ja nur, wenn acht Leute mitmachen, weißt du? Ja, ich glaub, die kriegen wir schon zusammen. Das wär zu witzig. Ansonsten packe ich mir auch ein Fahrrad und fahr mit dem Fahrrad mit. Ja, allein acht Fahrräder, vielleicht mitten auf dem Highway. Wo siehst du sowas? Soll mal kurz zur Garage? Ja, dann geh ich auch langsam fertig, ich bin echt fix und fertig. Ich auch. Ja. Ist auch schon wieder zu lang. Mit 24 Stunden gerade wach. Ach du Scheiße. Ich bin gerade über. Ich bin gerade über den Bunkern drübergeflogen. Ja, ich hab's gesehen. Ist gerade wenig. So schnell war ich doch gar nicht. Oh, mir ist keine Idee gekommen. Du nimmst jetzt nicht den Jump mit. Hab ich auch nicht vor. Sondern hier zum Peer Party machen oder was? Nein, nein, ich versuche vor dem Jump noch rechtzeitig anzuhalten. Ich glaube, das wird sehr gut möglich. Aber ich fahr dann drüber. Hat er funktioniert? Was ist das für ein Fahrrad? Alter. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Du hast vier Riede und einen Motor. Scheiß Kopfloser. Mit Fahrgelegenheit. Aber ich habe nicht gedacht, dass es den Ding so gut hochschafft. Nur ein bisschen die Köpfe einziehen. Ja, ist die Dashcam schon an eigentlich? Komm, muss ich mir morgen noch Kleidung erstellen. Eieieiei, schon wieder zwölf Stunden die Dashcam auf. Boah. Du weißt, dass du mir die ganze Zeit hier rumhüppst, ne? Ne, weiß ich nicht. Bitte anschnallen. Äh, bin ich schon. Das war kein Hydrant. Ich weiß nicht, was du weißt. Bei mir lagst du hier voll rum. Boah, weißt du, wie teuer die Hydranten sind? Bei mir ist alles voll clean. Weißt du, wie teuer ein Hydrant ist, wenn du den umfährst? Ne. 15.000. Jaja. Musste ich letztens ans FD bezahlen. Weil ich den Hydranten beim Einsatz umgefahren habe. Einmal 15.000, bitte. Warte. Hüpf' ich immer noch? Ich war gerade, ja. Also wenn du dir das Autoversehnten anguckst, könntest du auch ein Lamborghini Urus werden. Ich muss mal gucken, kann er sein, dass es an mir liegt. Die Lieblingsspielplattform, die der Downloads bekommt. Ey. Einfach schön und riskant hier einmal den Weg entlang. Und dann? Kennst du den Weg? Ja, ich bin zu gut. Einfach mit High Speed. Wer brennt es verliert. Du weißt jetzt gleich unsere überein, unsere Ding. Wo wir die erste Plantage gemacht haben. Hast du jetzt drüber. Hier. Warum macht dich hier ne Plantage? Ganz unten am Strand. Sieht keiner, fährt keiner vorbei. Unter der Brücke. Geschützt. Alter, bei mir hüpfst du. Ich hab heute Glück, dass ich nicht auf dem Dach lande. Ey, das ist nicht. In die Team. Eine andere Frage. Warum sagst du mir, wo ihr eure Plantagen baut? Wieso nicht? Da war ja mal einer. Da ist keine Wohnung. Wird. Oh je, das wird zu eng. Also normal kann ich eigentlich echt gut fahren, ne? Aber einfach dieses Auto, das kann ich nicht fahren. Ja genau, den musst du alle mitnehmen, ne? Ja klar. Ich kann mal vor einer, bleib stehen. Dann muss ich erstmal ein New Turn machen. So, wir können auch an den ersten Einsatzort vorbeifahren, wo ich dich das allererste Mal behandeln musste. Das hier unten rechts am Shop. So. 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 so den Rest. Jo, mach noch. Nach zwölf Stunden dashcamen und neun Stunden Arbeit darf man auch mal echt am Arsch sein. Ja, definitiv. Ja, okay, man hört sich dann morgen, äh, später. Jo. Boah, den Kopflosen muss ich mitnehmen.